Moin Jungs, 80s back und willkommen zu 1454. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir haben in der letzten Folge hier diese Dinger gemacht, ob die bleiben oder nicht, keinem lassen Schimmer, bin ich ganz ehrlich, das ist so ein Abwasser-Ding, sag ich mal. Ja, also, ja, Abwasser ist auch vielleicht nicht 100% richtig, aber auf jeden Fall sowas ähnliches. Und, ich weiß nicht, wieso kann ich hier nicht, normalerweise kann man doch, wieso kann ich denn hier nicht schwimmen? Also so auf einen Block runter. Egal, ich wollte da jetzt nämlich einmal durchschwimmen, aber das ging irgendwie nicht. Also, Yoshi hat vorgeschlagen, andere Falltüren zu nehmen, wo man dann halt durchgucken kann, weil die gibt's natürlich auch, weil ich in der letzten Folge gesagt hab, ich würd's halt eigentlich gern so machen, aber dann siehst du halt nicht, dass da Wasser drunter ist und so ist es halt auch nicht perfekt, weil... Als ob man da einfach drüberlaufen kann, what the fuck. Ich wollte eigentlich sagen, wenn man da sonst halt reinfällt, aber... Also, wenn man da einfach drüberlaufen kann, wie däblig. Okay, ja gut. Dann haben wir das Problem zumindest nicht, aber wir haben das Problem, dass es eigentlich keine wirklich andere geeignete Trapdoor gibt. Weil, wenn wir jetzt einfach mal Mangrove nehmen, dann Trapdoors draus machen, dann haben wir das Problem, dass es farblich einfach nicht sehr geil aussieht, würd ich sagen. Man sieht dann zwar das Wasser dadurch, absolut, aber farblich finde ich's ein bisschen weird, weil's einfach rot ist. So. Und wir können's jetzt noch mit allen anderen Trapdoor-Versionen auch machen. Das Problem ist, die einzige, die irgendwie halbwegs möglich wäre, oder wären, wäre Dschungel oder Oak. Und die kommen vom Farbton leider auch nicht wirklich hin. Die passen leider auch nicht. Haben wir die jetzt hier irgendwo? Ne, ne, ist auch wieder typisch. Wir haben hier noch ganz viel Trapdoors von denen. Aber wir haben natürlich nicht die eine, die ich euch jetzt gut zeigen könnte. Dark Oak passt halt auch nicht, weil Dark Oak ist auch komplett zu. Ich kann euch noch eben Dschungel zeigen. Das macht aber auch, äh, eigentlich keinen Sinn. So, da hast du halt dasselbe wie bei Mangrove, aber von der Farbe und auch generell von der Machart passt das einfach nicht. Äh, apropos aber Sachen zeigen. Ich hab einen Kommentar in der letzten Folge bekommen. Flexi Flexible. Shoutout, Digi. Ähm, ich soll einmal bitte mein Shader Pack zeigen. Komplimentary Unbound ist es. Bestimmt, mittlerweile gibt es eine neuere Version. Ich hab keine Ahnung, ich guck da selten nach. Und einmal die Settings. Ich mach's ganz kurz. Ich geh einfach einmal alle Menüs durch. Dann kannst du da Pause machen und so weiter. Äh, damit wir jetzt hier nicht zu viel Zeit damit verschwinden, falls das irgendwen überhaupt nicht interessiert. So, äh, Blocklight Color, bam. Woonface, keine Ahnung. Die Hälfte davon hab ich mir noch nie angeguckt. So, Materials. Rain Puddles hab ich off, aber ich hab auch Rain immer off. So. So. Hab ich, glaub ich, auch alles nicht geändert. Ich hatte es schon mal geändert, aber meistens dann, äh, doch nicht. Glowing Ores hab ich an. Alles weitere. Nix Besonderes. Kamera. Hab ich, äh, ein bisschen was gemacht. Hauptsache Motion Blur und Lens Flare. Lens Flare halt ganz stark. Saturation ein bisschen gemacht und so weiter. Atmosphäre. Hab ich halt, dass wir nachts diese Aurora Borealis und so weiter haben. Hier hab ich überall nichts geändert. Clouds hab ich einfach ausgestellt, weil ich keine mag. Nebel hab ich auch aus, weil ich das auch nicht mag. Und im Nether hab ich alles so gelassen. So. Ich hoffe, das, ähm, genügt dir. Ich hoff's, weil so blöd, wenn nicht. Aber, ja. So. So viel dazu. Aber das bringt natürlich unser Problem, oder uns bei unserem Problem nicht weiter. Ich kann euch noch einmal kurz die wunderschönen Oak Traptors zeigen. Die hätten halt den großen Vorteil, dass sie sogar vier mal die Möglichkeit haben, um da rein zu gucken. Aber die sind halt einfach zu hell. Die sind halt viel zu hell. Und dafür für den Einsatz, äh, ungeeignet. Crimson sieht auch sehr interessant aus. Obwohl, warte mal. Wie sieht Crimson denn hier aus? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich, ich hatte es jetzt nur von Vanilla im Kopf. Aber wie sieht denn das aus? Ah, es sieht genauso aus. Ja, gut. So sieht es halt auch in Vanilla aus, ne? Also das würde von der Art her, fände ich das sogar, die Art und so, finde ich gerade richtig geil, weil es halt aussieht wie ein Gulli. Nur die Farbe passt halt wieder nicht. Weil auch hier könnte man das irgendwo hinsetzen. Ne? Hier so. Aber das ist halt einfach lila. Und ich habe keinen lila Gulli-Deckel in der Stadt. Da, äh, da habe ich genug Selbstachtung, um das zu lassen. So, deswegen haben wir ein kleines, wir stehen vor einem kleinen Dilemma, könnte man sagen. Deswegen denke ich, dass wir das einfach so offen lassen, wie wir es jetzt haben. Ich fände es so toll, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt seit gestern, aber ich fände es so toll, wenn man auf die andere Seite einfach sowas machen könnte, ähm, mit, dass man da halt auch eine Trapdoor drauf setzt. Das wäre so unfassbar mega. Aber natürlich, äh, habe ich noch nicht ChatGPD gefragt, wie man so ein Mod programmiert. Falls es überhaupt geht. Ich meine, kann gut sein. Ich habe wirklich keinen Lastschimmer. Aber ja. So. Es gibt übrigens freudige Nachrichten. Ich habe jetzt heute die finalen, letzten Schliffe an dem Video gemacht. Das heißt, nur noch, ich meine, das könnte man auch noch machen, aber das sieht halt maximal scheiße aus, ne? Nur noch jetzt Thumbnail und dann Heidejala. Oh, scheiße, habe ich das jetzt... Nein, das ist jetzt doof. Jetzt habe ich die richtige Trapdoor nämlich weggetan. Das ist, das ist ja mal wieder ganz doof gelaufen. Äh, ja. Juhu. Haben wir hier noch welche? Natürlich nicht. Ja, wir können jetzt... Aber das ist doch... Das ist doch alles blöd. Blöd, blöd, blöd. Nö. Funktioniert nicht. Dann lass mich das eben machen. Komm, scheiß drauf. So. 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 Und dann können wir ja wenigstens einmal wieder so hinsetzen. Ich weiß nicht, ob hier oben war. Eigentlich, glaube ich, alles fertig. Normalerweise würde ich es halt gerne auch auf beide Seiten machen. Problem ist, hier der Weg ist natürlich auch nicht ganz gerade, wie ihr sehen könnt. Außer, dass wir ihn hier jetzt halt gerade gemacht haben. Deswegen fände ich es eigentlich umso cooler, wenn er es auf der anderen Seite nicht wäre. Und hier unten das Haus. Ist jetzt kein großes Argument, aber geht natürlich schon bis hier. Und ich weiß immer noch nicht, wie wir das hier am Ende lösen, weil das läuft halt einfach hier direkt auf den Kollegen hier zu. Und das würde es ja auf der Seite dann genauso machen. Das ist auch nicht so geil. Bloß, ich weiß immer noch nicht, wo es herkommt. Weil von dem, das hatte Justus geschrieben, das ist ein Cento. Also das hier, was hier entstehen wird, ist anscheinend ein Cento. Auch wenn ich tatsächlich sagen muss, ich hatte irgendwie ein anderes Wort noch im Kopf. Ich weiß allerdings tatsächlich überhaupt nicht mal welches. Kann aber auch sein, dass es das ist. Es ist einfach mir komplett entfallen. Das ist halt quasi so ein, ne, so ein Waschhaus. Mäßig. Heiße Quellen, Onsen haben wir da drüben. Und hier könnte man dann sagen, kommt das Wasser halt her. Das ist nämlich das Abwasser von dem Waschhaus. Ein bisschen eklig, aber würde mich nicht wundern, wenn man das früher so gemacht hat. Da hat man ja oft die ganzen, äh, Klosachen einfach die Straße runter oder aus dem Fenster runtergeworfen. Ist auch geil. Ähm, ja, das könnte man halt machen. Dann müsste man hier vielleicht gucken, dass man wirklich einfach einmal mit Trapdoors das komplett zumacht, dass hier der Weg dicht ist und dass das dann hier irgendwie reingeht. Dann könnte man natürlich auch noch gucken, dass man hier dann einen Ausgang irgendwie dafür baut, dass man das auf jeden Fall sieht. Und ich weiß beim besten Willen nicht, warum diese blöden Vögel hier gerade so laut sind. Hier ist ja nicht mal irgendein Biom, wo man jetzt sagen würde, hier sind normalerweise viele Vögel. So im Dschungel, okay. Aber nur weil da jetzt zwei Kirschbäume stehen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die so ausrasten. Naja, wie dem auch sei. Also, Thumbnail muss ich noch machen. Das, äh, wird jetzt heute gemacht. Und dann ist das Ding eigentlich fertig. Ich bin noch so ein bisschen am überlegen, wann ich es hochlade oder wann es dann halt kommt. Ich werde es heute hochladen, aber wann es dann online geht für euch. Wann ihr es gucken könnt, am Ende. Ich kann einfach Deutsch reden. Wäre besser. Nicht so in Rätseln. Wir können mal eben gucken. Wir sind ja hier die ganze Zeit in der Nähe, ob unsere scheiß Wollefarm mittlerweile geht. Die haben auf jeden Fall alle keine mehr. Das wäre natürlich toll. Hallo. Läuft das noch? Ja. Ui, Memo. Guck mal hier. Fein. Sehr gut. Kurz geredet wie mit meinem Hund. Warum ist hier eigentlich keine Laterne? Was soll das? Keine Ahnung. So, also wie gesagt, ich bin am Überleg. Ich denke Richtung Wochenende aus dem einfachen Grund, weil da laut Analytics die meisten von euch online sind oder die meisten auf dem anderen Kanal online sind. und ne, muss ich glaube ich nicht weiter ausführen, warum das relevant ist. Aber ja. Also so ab Donnerstag würde ich sagen, kann man damit rechnen. Allmählich. Ist halt blöd, weil es ist an sich fertig. Ich könnte es auch jetzt einfach spontan hochladen, aber seit Juni so lange dran gesessen, da will ich dann halt auch irgendwie das optimal irgendwie hochladen. das Ding ist halt auch noch, ich habe halt eine Idee für das Thumbnail und die muss halt dann auch funktionieren, weil wenn die nicht funktioniert, äh, ja, habe ich keine Ahnung, was ich dann mache. Deswegen ja, kritisch. Aber egal. Wird schon irgendwie schief gehen? Von daher alles gut. So. Kleiner Akzent. Aber ich habe gerade, als wir jetzt hier geflogen sind, nochmal so überlegt. Wir haben jetzt hier diesen Bereich, ne? Das ist ja bis da, wo gerodet ist, offensichtlich ist jetzt erstmal so der Plan. Wäre irgendwie eine Stadtmauer oder sowas ganz cool? Halt auch auch auf modern gedacht, so in hell vielleicht schwarz-weiß oder sowas oder weiß mit Bricks könnte auch cool aussehen oder Sandstein mit Bricks so auf mediterran-mäßig einmal hier so rum muss ja auch wirklich nichts Besonderes sein. Also ein Stück nach da komplett gerade runter und ja, vielleicht nochmal nach links oder einfach komplett bis unten zum Fluss. Da könnte man überlegen, ob man da hinten noch so einen kleinen Park baut, sage ich mal, dass man die Bäume einfach lässt und dann sagt, dass ein Park so, bisschen einzäunen, fertig. Würde ja gehen, dann hätte auch hier dieser Weg einen Sinn, wo er hingeht. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit hier stehe, aber dann kann ich es euch auch einfach zeigen. Also man könnte sagen, man geht quasi von dem Block oder von einem von den Blöcken, vielleicht macht man es zwei breit, geht mal einfach so ein Stück nach hier, muss natürlich dann ein paar Bäume wegmachen, aber das ist jetzt nicht das Problem und geht dann hier einfach gerade runter. So, so, Aua, so, hier so durch, hier so durch, natürlich komplett gerade, vielleicht entweder wirklich bis hier hinten, bis zum Wasser oder man sagt, man geht nur so bis, bis, bis hier so und geht dann hier nochmal quer rüber und macht die Mauer dann bis hier, dass man nicht noch hier dieses ganze Stück hat, worum man sich kümmern muss, weil, ne, ist auch eine unnötige Mehrarbeit zu der ganzen Arbeit, die wir eh schon haben. Das war jetzt nur gerade spontan so eine Idee, könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und ob ihr Ideen hättet, aus was für Materialien man das machen könnte, weil ich glaube, davon hängt es dann halt auch ab. Davon hängt es zum einen ab, ob das gut aussieht, aber zum anderen auch, wenn man jetzt so gar keine Mischung dafür hat, dann würde ich halt es davon auch abhängig machen, ob man es überhaupt macht. Weil ich finde halt, normalerweise sind wir ja komplett hier, warte mal, wir sind ja komplett auf einem Kontinent. So, wir sind von da hinten, sind wir streng genommen noch nicht komplett getrennt von dem Dschungel, weil normalerweise sollte da, das ist irgendwie doof, wir müssen das so machen, hier geht es ja eigentlich durch, ist zumindest der Plan, ansonsten würde es halt hier durchgehen, hier durchgehen, dann hätte man den Teil noch mit bei unserem Teil. Alles andere ist durch diesen Fluss, der hier komplett um den Berg rum geht und hier komplett rum geht und hier komplett rum geht und hier komplett rum geht und hier hinten und da und da und da komplett einmal ein Kontinent, nennen wir es einfach mal Kontinent und hier ist halt wie gesagt komplett das Wasser auf der anderen Seite, das ist easy und hier hinten geht es natürlich dann auch wieder rum. Sieht man jetzt nicht, warte, so. Das einzige, was halt wirklich nicht auf diesem Kontinent ist, ist dieses dämliche Scheißhaus und unser neues Viertel und deswegen halt so meine Bemühungen, dass man das dann irgendwie abgrenzt, dass man da halt durchgeht und sagt, ja okay, wir sind jetzt, wir haben jetzt expandiert auf den Teil auch noch. Ich weiß nicht, in zwei Jahren oder mehr haben wir vielleicht hier eh den ganzen Teil noch besiedelt. Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich wirklich nicht, wenn wir bis jetzt hin. Alter, wir haben den Jahrestag verpasst. Ey Digga, das gibt's jetzt nicht. Am 1. November war Jahrestag. Vier Jahre Nostalgie und wir haben's einfach vercheckt. Also ich hab's vercheckt, wir haben den Dritten. Wie peinlich. Wie peinlich. Das ist nicht mein Ernst. Wir haben den Jahrestag verpasst. Oh mein Gott. Und wie man so schön sagt, End on Set Terrible Disappointment. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn's dir gefallen hat. Gerne. Like und Abole lassen, auch wenn ich heute wirklich nicht verdient hab. Bin ich ehrlich, Happy Birthday Nostalgie. Vier Jahre und zwei Tage. Äh, tschüss. Boah, ist das peinlich, Alter. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merk, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.